Was ist das für mich? Was ist das für mich? Persönlich versuche ich mich immer besser in die Offensive einzuschalten und Chancen zu kreieren. Ich versuche in der Defensiv- und Offensivzone meinen Beitrag zum Team zu leisten. Heute spielen wir gegen Ambrie. Die vorherigen Matchen waren alle sehr knapp und umgekämpft. Ambrie ist ein starkes Team, sie machen extrem viel Druck. Es ist sehr wichtig, dass wir schnell nach hinten auslösen, uns gut zu supporten und schnell in die Offensivzone gehen können. Ebenfalls wichtig ist, dass wir nicht zu viele Strafen nehmen. Bis jetzt gab es sehr viele Strafen. Wir versuchen sicher, dass wir 5 gegen 5 gegen spielen können, dann sind wir das bessere Team. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.